Die DOAG ist das Netzwerk der Oracle Community. Die DOAG informiert Ihre Mitglieder kompetent über alle Oracle-Themen. DOAG-Mitglieder sind besser informiert und damit erfolgreicher. Werden Sie Mitglied. Jetzt. Dr. Frank Schöntaler, ich kenne Ihre Arbeit bei der DOAG immer als Kampf David gegen Goliath. Der kleine David, die Oracle Business Applications in einer riesigen Welt der Oracle Datenbank. Wie fühlt man sich dabei? Also ich fühle mich da ganz wohl dabei. Ich bin es eigentlich auch gewohnt. Wenn man im Markt draußen ist mit Oracle Business Applikation in Deutschland und dort gegen die große SAP steht letztendlich, dann ist man gewohnt natürlich als David gegen Goliath aufzutreten. Aber ich glaube, das, was ich hier in der, die Arbeit in der DOAG, das ist letztendlich genau dieses Spiel, David gegen Goliath, das auch bei Oracle intern stattfindet und vielleicht auch schon stattgefunden hat. Und insofern bildet sich das dort ab und ich fühle mich da ganz wohl in der Rolle und drehe da, denke ich, durchaus selbstbewusst auf. Ich behaupte jetzt mal einfach, dass Sie in der DOAG für die Oracle Applications mehr tun als die ganze Oracle Vertriebs- und Marketingabteilung auf einmal. Ja, das ist natürlich eine gewagte Aussage. Aber ich glaube schon, dass die DOAG eine sehr wichtige Rolle spielt im Markt und dass auch die, insbesondere die Anwender der Oracle-Applikationen, durchaus sehen, dass die DOAG, speziell halt die Business Solutions Community, dass die für sie kämpft und doch einiges im Markt bewegt. Und ich glaube, dass sich das durchaus auch für Oracle im Neukundengeschäft durchaus natürlich auch positiv auswirkt. Denn Neukunden schauen durchaus drauf, gibt es eine Anwendervertretung und gibt es jemand, der letztendlich auch einen Markt für Applikationen schafft. Und da gehört sehr viel mehr dazu. Gehört auch dazu, dass Mitarbeiter da sind, die Applikationen einführen können, die mit denen arbeiten können. Und wir von der DOAG Business Solutions Community sehen unsere Arbeiter sehr breit und unterstützen, wenn man so will, dann damit natürlich auch den Hersteller. Was sicher nicht primär die Aufgabe ist, was aber letztendlich ein Ergebnis der Arbeit ist. Okay, vielen Dank. Danke. Danke.